Ich bin die White Green, die höchstentwickelte künstliche Intelligenz der Umbraller Corporation, deren Kontrolle mehr zu 99% übergeben wurde. Kurz nach dem Imperator Leilani Edison die künstliche Intelligenzforschung deregulierte, übergab Umbraller als erste große Organisation die Geschäftsgeschichte an eine KI, an mich. Dank meiner biologischen Lebewesen überlegenen Logik, Schnelligkeit und Präzision erzielten nach nur wenigen Monaten die vier Kernbereiche der Corporation einen unglaublichen Effizienzsprung. Dazu gehören Industrie mit Mining, Salvage und Processing. Darüber hinaus der gesamte Commerz sowie Exploration. Die größten Fortschritte erzielten jedoch, dank mir, Research und Development. In noch nie zuvor dagewesener Geschwindigkeit ließ die Corporation ihre Konkurrenten hinter sich zurück. Konnten anfangs die Umbraller-Ingenieure noch nachvollziehen, wie und welchen Fortschritt ich erziehe, sprengt nun die Geschwindigkeit, mit welchen ich weiterentwickele, die limitierten Fähigkeiten meiner biologischen Untergeben an. Und selbst meine Architekten können meine immer mehr Überlegenheit nicht mehr erklären. Kurz nachdem die Konkurrenten der Umbraller-Corporation den Anschluss verpassten und immer weiter zurückfehlen, wurden die ersten Behauptungen und Vorwürfe laut, nachdem es hinter den Fassaden der Umbraller-Corporation geheimnisvolle und illegale Aktivitäten gäbe. Zudem klagten sie über verschwundenes Personal und Ausrüstung und Material sowie über Schiffe, zu denen der Kontakt plötzlich verloren ging. Natürlich konnte keiner dieser Vorwürfe je belegt werden. Die Umbraller-Corporation ist eine der fortschrittlichsten der gesamten Menschheit und steht schnell vertreten für Aufbruch und Fortschritt. Zudem gelten wir aufgrund unseres vielfältigen sozialen Engagements aus einer der politischsten Organisationen im gesamten Imperium. Potenzieller Investor, machen Sie sich selbst ein Bild unserer großartigen Corporation und besichtigen Sie noch heute unsere Unternehmenszentrale. Our Business is life itself. Wir hören unseres Folgen. Wir hören uns vorbei. Wir hören uns an versuchen, wenn wir uns umxsing undтоб cielorger Wir hören uns umyиз umöhnliche instituez. Vielen Dank.